Herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video fährst du was man unter dem sogenannten Geodecking versteht und wie man diesen Standardzugriff bzw. Ordnungsdienste bei Android aktivieren kann und das Ganze im Zusammenhang mit der App Google Fotos, die vermutlich auf deinem Gerät schon installiert ist bzw. auch sehr leicht und kostenfrei nachzuinstallieren ist. Ja, und zur Anwendung des Erlernten wie immer in meiner Reihe zu Fotografieren mit dem Smartphone. Zum Schluss noch eine kleine knackige Übungsaufgabe. Ja, GPS aktivieren beim Android Geräten. Man zieht von oben mit dem Finger das entsprechende Menü auf, geht dann weiter noch hinunter und aktiviert dann Standortdaten. Standortdaten bedeutet, dass man eben dann Zugriff hat auf die Möglichkeit eines Smartphones, nämlich GPS zu aktivieren. Dann, falls man nicht verhandeln auf deinem Gerät, wird wahrscheinlich aber schon der Fall sein, könnte man über den Google Play Store, Google Fotos diese App installieren. Wenn man den installiert, kann man sie dementsprechend dann auch starten. Vorhergehend vielleicht das aktivieren von GPS ist insofern wichtig, weil er mit einer Kamera App Fotos macht. Nur, wenn du die GPS Daten vorher schon unter Android aktiviert hast, werden sie mit dem Foto auch dann gespeichert. Das heißt, wo du auf der Welt, auf unserer schönen Erde dann diese Fotos gemacht hast, werden dann diese Ortsangaben, diese Längen- und Breitenangaben, werden dann mit deinen Fotos gespeichert. Und du kannst dich sehr schön mit Google Fotos dann anzeigen lassen. Du startest also die App Google Fotos, wählst du dann ein Foto aus in dieser App, gehst dann auf Eigenschaften, das sind diese drei Punkte hier rechts oben bei mir. Du kannst dann wiederum Info wählen, vielleicht recht umständlicher Weg, aber immerhin möglich. Und dann hast du schon hier dementsprechend dann eine Karte mit anderen Angaben, wenn du weiter runter scrollst, wann das Foto gemacht wurde und wo eben das Foto gemacht wurde. Sprich, die Aufnahmedaten werden verwendet, um dann den Aufnahmeort, wo eben dieses Foto gemacht wurde, dann auch wirklich anzeigen zu können. Ja, und natürlich geht es darum, dass man das dann auch einmal ausprobiert, was man jetzt kennengelernt hat oder sich besser erinnern kann jetzt mittlerweile. Am Smartphone gilt es jetzt für dich also Geotacking zu aktivieren. Du erinnerst dich, von oben runterziehen, dann Standarddaten aktivieren und dann machst du ein Foto mit einer Kamera App deiner Wahl und lasst dir dann mit Google Fotos dann, Google Fotos kann natürlich noch mehr, aber in dem Fall interessieren wir uns ja dafür, dass du dann mit Google Fotos dann die Aufnahmedaten dann anzeigen und du siehst dann, wenn du eine Internetverbindung hast, dann auf welcher Ort du diese Fotos gemacht hast und sie werden ja auch in einer Karte dargestellt. Danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich wieder in einem der anderen Videos aus meiner Reihe eben Fotografieren mit dem Smartphone. Bis zum nächsten Mal.